Der Hard Reset scheppert ohne mal rein, Freunde. Wir wurden von Ascended 1 auf Platin 2 runtergerankt und... Ich hab ihr Pickel! Und nicht nur das, sondern wie die meisten von euch wissen, bin ich Controller-Main bzw. Clove-Main. Aber diesmal wurde mir Clove weggepickt. Aber was mach ich natürlich? Ich mach natürlich den absolut insanesten Pic. Und entscheide mich dafür, einfach mal K.O. zu spielen. Weil ich find, K.O. ist ein absoluter underrated Charakter und eigentlich super, super strong. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem fetten Hard Reset und dem seltenen K.O. Gameplay von mir. Lass unbedingt ein Abo da, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Verpassen? Ich sag schon wieder verpassen und nicht verpassen. Und lass gerne einen Daumen nach oben da. Wäre super cool. Wäre... Ich brauch Support, bitte. Please. Und ein Kommentar einfach für den Algorithmus. Wäre schon super insane. Ey, wenn ihr diese drei Bedingungen erfüllt, dann ey, ihr seid absolute Macher in meinen Augen. Wirklich. Ihr seid absolute Macher. Aber genug gelabert. Geben wir rein. In die K.O. Runde. Will ich wirklich? Oder will ich K.O. spielen? Ich folgte seit August 2022. Fast zwei Jahre. Das ist crazy. Aber so richtig kennen, erst seit einem Jahr, oder? Und Jusha, danke schön für die vier. Danke, danke. Sag doch danke. Chill mal. Ich will fertig reden. Alter, ist... Chill mal jetzt. Also wirklich danke, danke für die vier. Danke, Paddy's für zwölfzehn. Oder morgen vierundzwanzig mit Vivi. Crazy Zeiten. Wir sind wieder über zehn Subs. Ja. Warum spielt man Clove A? Das wird schon wieder eine Clove sein, die nicht smoken kann. Rene. 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 Step 7. Step 7. Cypher komm hier. Cypher. Warum ist Cypher... Ich denke, es ist sie. Tz, tz, tz. Okay, okay, okay. Beide auf, wenn jemand sein kann. Ich habe mein Knife in 10 Sekunden. Oh. Enemy spot at C. Gekka am Top. Er droppt. Ja. Nice. Knife? Two men. Aber, Jungs... Aber warum smoken Clove nicht den Spike? Das check ich nicht. Ich mock mich, wenn du kannst. Ich habe einen Bucke. Man in front of A? Ein viel, ein viel. Ihhh! Du hast eine Nade! Was gab es heute zu essen? Heute wurde so ein bisschen zusammengebastelt. Also so ein paar kleine Burger mit ein bisschen Chips dazu. Und so ein Spiegelei. Heute wurden so ein bisschen zusammengewürfelt. Hat geil geschmeckt. Ich habe mein Armstief schon wieder nicht an. Ja, okay. Overrated. Only Chamonix. Die Entry... Nice. Opening door. Opening door. Opening door. Flushing out. Fuck. Oh my god. Von hier, von hier, von hier, von hier. I see it. Flushing. Nice one, good job. Can I defuse? For all? Sure. Let me drive, please. Hey, ich brauche ja gar keinen Armstief. What the fuck? Was ich machen würde für'n Burger? Tät... Tät... Möde ich! Burger ist schon... Burger ist schon das... Ist schon eine der geilsten Sachen, was es auf der Welt gibt, oder? Ja, ich sehe. Chat mal in front of you again. Ja, komm, 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 komm. Oye! Monster on the loose! Was ist A? So? Ja, ist der Chamber. Ja, ist der Chamber. Ja. Flushing out. Flashbang. Flash! Downpush, downpush, downpush. Downpush. We're at 80. Is Chamber still on 9? I have no idea, no. Could we lock down B, I dunno? Doin' us open, man. Doin' us open. Yeah. One enemy remaining. I saw something! Yeah, planting B. He's planting B, he's planting B, then. Ich hatte Bock einfach mal durchzupushen mit Flashes und allem. Ich hatte einfach Bock drauf. Ich spüre richtig, wie ich noch auf Platin bin, dass das Gäste es kriegt. Also ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwas, irgendwas fühlt sich komisch an. Also selbst, selbst, obwohl ich auf Diamond aufgehört habe und da jemand halt nicht weit weg ist von von Platin, also die sind nah ineinander, irgendwas fühlt sich trotzdem, irgendwas fühlt sich trotzdem anders an. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie Confidence ist, oder? Doc, hier. Flashing for you. Happy, stop. Flashing up. Flashing again. On T, on T, on T. Yeah. Ist der Beat? Hä? Ah, da ist Link. Wie kommt der Link durch? Run away, because of Kloff. Kloff is gonna push you. Nice. Hahaha. Ihr seid zu dritter, ihr kriegt das an, Jungs. Nice. Bei mir esse ich jetzt was. Ich habe es zum Glück vorher gegessen. Sonst würde ich jetzt auch mit Cold on 4 sitzen. Aber... Vor dem Stream immer Fooden ist OP. War eine gute Ult. Ich habe alle suppressed und die sind dann B nicht durchgepusht. Er ist noch wichtig. True. Du willst spielen? Let's spielen. I'm betting for you. One surprise. Oh, timing. Warum piekt der so? Gekkon Sky in front of me. Digga, wer piekt denn so? Auf Platin. Dass der auf einmal so gepikt hat, das hat mich echt... Ich habe mich auf so Bahn gerissen. Ja, die pieken da halt alle raus, ne? Ich habe nichts da. Miese Zeiten. Ja, aber ich schütte Halfway, ne? Ich mags nicht, wie... Sky und Sky und... Digga. Ich werde hier... ...oh, sorry, ja. Ja, aber sagt doch, dass die Out sind. Spike planting. Ja, das ist die... Die... die sagen aber auch nicht, dass die... dass die reingehen. Die sagen... Ah. Oh. Die... die sagen aber auch nicht, dass die... dass die reingehen. Grenade! Oh, mutig. Digga, was für Eier der hat. Oh mein Gott, Junge. Der hat so dicke Eier, dass der da einfach durch die Smoke geht. Junge. Der hätte da links in der Corner einfach stehen können. Juck den nicht. Der checkt da nicht. Wenn das so ist, dann... dann... GG. Dann ist es so. Dann nimmt er den L. Er nimmt den einfach. Ja. Oh, das ist der CGI. Mir geht nicht. Full B. Äh, Ray. Sorry. Dann den L. Er nimmt den Chamber erstmal raus. Die Ratte. 1. Surplast. 1. Surplast. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 3. 4. 4. 5. Ja, 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 wir können ihn Sehr schön Kaio, hast du den Koronarm-Skin? Danke Vielleicht lasse Cypher du bei dir, Kaio Wir haben 7 K Oh ja Didn't even saw it Danke, man Ah, okay Ich werde den Salon sehen, wegen Gekko Ich hab so ne Reaktionszweif, das ist unmenschlich Willst du blockieren? Was? Ja, ja Und sie, und sie Der Chamber von denen war aber vor A Oder drehe ich jetzt durch? Nice Alter, wie die einfach gelinert sind Guck mal, ich hab schon wieder Ulti Ich hab Ich hab schon wieder Ulti Ich hab sehr, sehr lange keinen K.O. mehr gespielt, ne? Aber ich fühl mich, ich fühl mich ultra, ultra confident mit dem Das ist sehr geil Seine Flashes machen halt so Spaß, ne? Du kannst die werfen, wo du willst und dann poppen die einfach Das ist so cool Okay Claw pushing, Claw pushing, nice Can someone pick me up? One enemy remaining Das war's main Das war's main, probably Ja, ja, das war's main Oh, bro Nah, don't, don't My bad Goten, kill me, ding Oh Need a drop Spielst du noch mit ihm? Valorant meinst du? Nee, aber, äh Also in letzter Zeit nicht, aber ich spiel mit ihm ja andere Sachen Oh boy 2 pushen, 2 pushen B A team Close to one A man Monster on the loose Monster on the loose Oh, nein Both, they're both They're both linked They're both linked No, I Enforced the gun I smoked Wama or linked? Smoked the spike, no? Yeah Smoked the spike, no? Da ist noch eine andere Waffe da Ah, nice No, you don't get it They have no time, we have no time Oh, you halved it You have time Yeah Oh, what? Insane No, no, no The one behind him The one was on the floor Like, he has a fucking sword in front of it Which makes no sense Ah, hmm I have a new bundle, ehm Oh, it's a new shield Yeah, yeah New shield Oh, the starlight thing, or what do you mean? No, not the other The spawn Oh, okay Can you smoke here, Clove? I'm gonna fake the Deathly Two in front of A Two in front of A Two are in front of A Two are in front of A Welcher Rank bist du? Aktuell noch Platinum 2 Oh, Seifert, so ein Setup Guck dir das an Hey He goes on B or C Don't know, I heard him He was on A No Gekko planting on A Gekko planting on A Gekko planting on A 30 seconds left 30 seconds left That's the best With the spike? Yeah, easy, cross Yeah He's side, he's side I am Is K3 Nice? Yeah Play together on this one Down A She has no time Yeah, hold it there, Seifert She needs to plant, she needs to plant She has no time Just run away Nice, good job Nice guys Fucking fantastic team more Geil Sehr sick I think we can just go see immediately, to be honest They don't have a good sentinel Yeah, just have chamber True Cipher Can you throw your cam here immediately? Yeah, get us some My camera? Yeah, yeah, there, there Give us some info Sure I have my knife in the flash No need, no need These for the side Just let Cipher scan it Uh, I can't see, shoot Yeah, he's waterfall Got Gecko One back stat Tempo Ah, gotcha, bitch Rest waterfall Water, water Wait, Ren is behind him I think Royce hurt you Yeah Nice, good job Yeah, good shit, boys Good shit Hmm Cipher, can I get your ghost? Take him in But we should still force I think it's fine Cipher, can you do the same with your cam here? Please Mhm Yeah, yeah, then force him here completely Don't be shit, man, just get up here Don't be shit, man, just get up here Left, 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 left Ah, yeah Nice, you have a Guardian You load him What are you doing? Behind us Behind, then you have Guardian behind, guys Sky slow, message team Smash Here, down Flashback One enemy remaining Don't worry, your life won't go to work Die Marshal one-shotted Ey, wait, hatte ich nicht Half-Shield? Wait, war ich nicht Full-Shield? Oh, Kloff hat mir 55 gedrückt Fuck Ich hab nicht dran gedacht, man Oh mein Gott, jetzt Heute, heute kommen die ganzen Reserves rein Timo, dankeschön für die 10 Oh mein Gott I can flash out, I can flash out Flashing out Yeah, they're all here, just Just Yeah, go see, go see, go see Let's have a look Nice Touching backside I'm playing close Can we smoke here? I don't have a smoke here For the moment Let's go I closed doors too Can I see him? Can I see him? No, she's doors too Nice Easy for the wiggle Hallo Chappie Dankeschön für den Follow Ich warte auf eine dreckige Lache Ja, wenn da mal so ein richtiger Richtig dreckiger Ace kommt Dann lache ich dreckig Gut und selbst auch Super Endlich mal Wochenende Was soll man sagen? Endlich mal Wochenende Ja, ich stream TikTok Und Twitch gleichzeitig Genau Ich holte einfach Oh mein Gott I'm down Unlucky Alter, haben die gedrückt jetzt Ich hätte nicht ulten sollen Ich hätte meine Ult für B sparen sollen ehrlich gesagt Should we just push B? Yeah, we can To balance the O's play 3 on A So, I think B or C Wundert mich, dass Leute wirklich Gaming Streams auf TikTok schauen Na, ich stream ja Ich stream ja eigentlich nur auf TikTok Damit man auf meine Twitch Streams aufmerksam wird Ich spiele euch Das geht Wie gut Vielen Dank Du bist der Bucci, Bro. Das funktioniert. Ja, er ist, er ist. Er ist einfach weg. Okay, crazy. Ja, er ist da. Du hast ihn. Wir spielen zusammen. Komm zurück, komm zurück. Nice. Nice. Nice, good shot. GG. Ja, 21 kills. Hohohoho. Aber der Skykill war disgusting. Oh mein Gott. We gon' be okay. We gon' be alright. Must've been till 11 when the world ended.